Hallo, mein Name ist Miriam Knaus. Ich bin hier in der Verwaltung im Vorzimmer von Akademiedirektor Dr. Wehwele tätig. Hier befinden wir uns in einem wunderschönen Armarium. In diesem Raum findet am Tag der offenen Tür eine offene Chorprobe der akademieeigenen Chöre, dem Jugendchor Voice Lab und dem Kinderchor Sing Salah Sing statt. Oder möchtet Sie lieber gern Conga spielen? Dann nimmt Sie Arno Kunder mit auf seine Reise vom Renavista Social Club bis hin zum Disco Pop. Und wenn Sie Ihre eigene Stimme mal anders kennenlernen möchten, dann empfehle ich Ihnen den Beatbox-Europameister World Beat.